Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Tiefe Taschen aus dem FUPS Verlag, ein Spiel für vier bis acht Spieler ab zwölf Jahren mit einer Dauer von ca. 20 bis 50 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Tiefe Taschen. In der Spiele Schachtel findet ihr folgenden Inhalt, eine Anleitung in mehreren Sprachen, dann gab es von mir noch eine Postkarte dazu, keine Ahnung ob die auch im Spiel dabei liegt, hier hat man ein bisschen Material für die Spieler, eine Spielfigur und zwei Marker, die man vor dem ersten Spiel selber bekleben muss, eine Startspielerkarte, ein paar Übersichtskarten über die Aktionen, dann gibt es die Aktionskarten für die einzelnen Spieler und hier hat man noch einen Haufen Geld. Ja, das ist er, der komplette Inhalt dieser Spiele Schachtel und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert wie folgt, jeder Spieler nimmt sich seine Bestechungsmarker und eine Schnüfflerfigur in seiner Farbe und legt die mal zu sich hin. Wie gesagt, vor dem ersten Spiel müsst ihr hier diese ganzen Aufkleber auf die Sachen draufkleben und dann nimmt sich jeder Spieler noch seine fünf Aktionskarten in seiner Farbe. Die Aktionen sind bei jedem Spieler gleich und die legt man mal verdeckt zu sich hin. Dann kriegt jeder Spieler als Startkapital neun Millionen, einen Zweier, einen Dreier, einen Vierer. Das eigene Kapital hält man eigentlich geheim bei sich. Ich lasse es mal offen jetzt liegen, damit man das ein bisschen sieht. Ein Spieler macht den Präsidenten, das ist der Startspieler, gebe ich mal den blauen Spieler. Der fängt also an. Das Staatsoberhaupt ist das sozusagen. Und dann, wenn jeder seine Sachen hat, dann muss man noch diesen Stapel hier vorbereiten. Den mischt man gut durch mit dem ganzen Geld. Und jetzt gibt es hier diese Karte, den Startbankrott und der hat auf der Rückseite hier so ein kleines Lineal drauf. Und da muss man jetzt je nach Spieleranzahl das hier hinhalten. Also bei vier Spielern ist dann diese Zahl hier unten wichtig und ungefähr an dieser Stelle. Muss nicht stimmen, denn die Höhe des Stapels beeinflusst nur, wie lange das Spiel dauert. Also wenn ich kürzer spielen will, mache ich es weiter oben rein, will ich länger spielen sowieso weiter unten. Aber jetzt so ungefähr, da legt man diese Karte rein und macht da eben den Stapel draus. Den legt man jetzt hier in die Mitte hin. Jeder Spieler kann sich noch so eine Übersichtskarte nehmen, wo die Aktionen der Karten nochmal beschrieben sind. Und dann kann das Spiel auch schon beginnen. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von korrupten Politikern mit dem Ziel, möglichst viel Geld aus der Staatskasse in die eigenen Taschen zu wirtschaften. Ein Spieler übernimmt dabei das Präsidentenamt. Seine Aufgabe ist es, Geld an sich und seine Mitspieler zu verteilen. Dabei kann er selbst entscheiden, wem er wie viel, wenig oder auch gar nichts gibt. Danach stimmen die Spieler über die Verteilung ab. Wird sie angenommen, bleibt der aktuelle Präsident im Amt und eine neue Spielrunde beginnt. Wird die Verteilung abgelehnt, muss der Präsident zurücktreten und scheide für diese Spielrunde aus dem Spiel aus. Ein anderer Spieler übernimmt das Präsidentenamt und schlägt den verbliebenen Spielern eine neue Verteilung des Geldes vor. Es wird wieder abgestimmt, bis eine Verteilung schließlich angenommen wird oder alle bis auf einen Spieler als Präsident zurücktreten mussten. Dann beginnt eine neue Spielrunde, in der wieder alle Spieler mitspielen. In tiefe Taschen geht es also darum, Geld zu scheffeln und mehr Geld wie die anderen Spieler natürlich. Grundsätzlich funktioniert das Spiel immer so, dass der Spieler, der momentan der Präsident ist, unser Staatsoberhaupt, erstmal so viele Geldkarten aufdeckt, wie Spieler insgesamt teilnehmen, also im Vierspielerspiel einfach mal vier Karten aufgedeckt. So, und das Geld, das muss jetzt unter die Leute gebracht werden. Der Staatspräsident überlegt sich also, wem gebe ich wie viel Geld? Ich kann natürlich sagen, ich nehme einfach alles zu mir, dann wird wahrscheinlich aber kein anderer Spieler dieser Verteilung zustimmen und das Geld wird nicht an mich gehen, sondern ich werde die Runde einfach ausscheiden und darf nicht mehr an der Verteilung teilnehmen. Also ich muss schon irgendwie so verteilen, dass die Spieler vielleicht es auch durchgehen lassen. Ich habe aber noch ein paar Möglichkeiten, auch die anderen Spieler zu beeinflussen, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Jetzt machen wir erstmal eine normale Verteilung, wo wir sagen, dass die Spieler es annehmen. Und das funktioniert wie folgt. Ich sage zum Beispiel, ich nehme mir nur vier Millionen, du kriegst fünf Millionen, du kriegst fünf Millionen und du momentan nur vier, ich habe leider nichts anderes. So, und jetzt müssen die Spieler ihre Aktion planen und anhand ihrer Aktionskarten sich jetzt überlegen, was sie in dieser Runde machen wollen. Das erste, was sie machen können, ist ganz einfach zu sagen, ich stimme zu. Das, was ich raussuche, lege ich verdeckt vor mich hin. Ich zeige es noch nicht her, erst wenn alle Spieler sich entschieden haben, was sie rauslegen, wird aufgedeckt. Es gibt auch Situationen, wo ein Spieler etwas rauslegt, auf das ich dann reagieren muss, dann darf ich das auch nochmal zurücknehmen und etwas anderes rauslegen, so lange, bis alle Spieler sagen, okay, jetzt passt es. Und dann wird erst geschaut, was die einzelnen Spieler gelegt haben. Also, ich kann zustimmen. Zustimmen bedeutet, ich bin mit dem einverstanden, was ich hier vor mir hingelegt habe. Alle dürfen zustimmen, das ist natürlich klar. Es dürfen aber nicht alle ablehnen, denn der Präsident, der diese Verteilung gemacht hat, darf natürlich seine eigene Sache nicht ablehnen. Alle anderen Spieler können sagen, nein, ich bin dagegen gegen diese Verteilung, ich lehne das ab. Wenn wir es nur diese beiden Karten anschauen und nur die jetzt im Spiel hätten, dann würden wir, wenn alle es rausgesucht haben, was sie legen wollen, umdrehen und gibt es mehr Grüne oder gibt es einen Gleichstand mit den Roten, dann ist die Verteilung angenommen. Jeder Spieler nimmt sich das Geld, das vor ihm liegt und der Präsident darf die nächsten vier Karten raustun und verteilen. Das wäre also das, wenn es angenommen wird. Also angenommen ist, wenn mehr Grüne draußen liegen oder gleich viel Grüne wie Rote, auch dann ist es angenommen. Ist es abgelehnt, also mehr Rote wie Grüne draußen, dann muss der Staatspräsident zurücktreten und der nächste Spieler in der Runde wird der Staatspräsident, nimmt das komplette Geld wieder an sich und verteilt das jetzt nur noch an die verbleibenden Spieler und damit wieder abgestimmt mit den Karten. Ist das jetzt okay oder nicht? Natürlich ist es dann mehr Geld, was verteilt wird. Das heißt, der eine Schein bleibt ja übrig, den muss ich halt auch irgendeinem Spieler dann geben und entsprechend wird abgestimmt. Sobald abgestimmt ist, sind wieder alle Spieler im Spiel, auch der ausgeschiedene oder die ausgeschiedenen Präsidenten, sollte immer abgelehnt werden und nur noch ein Spieler am Schluss übrig bleiben, der Präsident wird, dann gehört dem letzten Spieler das komplette Geld und eine neue Runde wird dann wieder mit allen Spielern gespielt. Das wäre jetzt, wenn nur diese beiden Karten im Spiel wären, aber es gibt ja noch ein paar mehr. Es gibt hier noch den Griff in die Staatskasse. Wenn ich diese Karte wähle, dann nehme ich an keiner Abstimmung teil, sondern ich nehme, wenn ich der erste Spieler bin, der diese Karte aufdeckt, mir die oberste Karte aus der Staatskasse. Natürlich ist es relativ schwierig als letzter Spieler, der drankommen wird, diese Karte zu spielen, denn wahrscheinlich wird einer der anderen Spieler vor mir vielleicht schon die Karte gespielt haben, denn es kriegt nur der erste diesen Griff in die Staatskasse. Alle anderen Spieler, die auch diese Karte dann noch zusätzlich draußen haben, kriegen nichts. Das ist also einmal hier eine Karte nehmen. Und dann gibt es noch hier die Erpressung. Erpressung bedeutet, ich lege vor einen Spieler meinen Schnüffler oder stelle ihn hin. Das können auch mehrere Spieler machen. Schnüffler setzen darf ich übrigens immer. Ich muss nicht diese Karte dazu rausspielen. Allerdings ist das dann mehr ein Bluff. Wenn ich das hier rausspiele, dann könnte ich ihn erpressen, wenn ich diese Karte auch gespielt habe. Habe ich aber statt dieser Karte irgendwas anderes gespielt, eine Zustimmung oder irgendwas anderes, dann hat diese keinen Wert. Aber sie verunsichert den Spieler, werde ich jetzt erpresst oder nicht? Ich weiß es ja nicht, bis die Karte aufgedeckt wird. Und jetzt kann ich entweder sagen, ich reagiere drauf. Das ist dann diese Karte, die nichts anderes bewirkt, als eine Erpressung abzuwehren. Also legt ein Spieler zum Beispiel die Karte raus und sagt, so, ich möchte dich so ungefähr erpressen. Dann weiß ich nicht, ist das wirklich eine Erpressenkarte oder hat er irgendwas anderes genommen? Und jetzt muss ich mich halt entscheiden und sage, ich reagiere drauf oder ich reagiere nicht drauf, reagiere ich drauf, kann ich die Karte, die ich zum Beispiel schon rausgelegt habe, wieder zurücknehmen und sagen, okay, nehme ich lieber die Karte, weil ich glaube, der erpresst mich wirklich. Aber erst, wenn eben aufgedeckt wird, dann zeigt der Spieler, der erpresst wurde, seine Karte und sagt, ne, du nicht. So, jetzt gehen wir mal davon aus, der Spieler grün hier wird erpresst, sagt aber selber, nö, ich glaube, dass es keine Erpressenkarte sein wird, die du da gelegt hast, deswegen mache ich nichts. Er deckt auf, hat aber die Erpressenkarte. Und dann darf ich bei diesem Spieler hier drüben aus den gemischten Geldkarten mir eine Karte ziehen und zu mir nehmen. Habe ich das Ganze abgewehrt, dann darf ich im Gegenzug bei dem Spieler, der mich erpresst hat, eine Karte rausziehen. Das ist also das mit dem Erpressen. Man kann in jeder Runde gerne eine Figur irgendwo hinsetzen. Ob das den anderen Spielern gefällt, wenn man da nie eine Erpressenkarte dazu legt, weiß ich nicht. Aber man kann die immer setzen, wenn man Lust hat. Man muss nicht die Erpressenkarte dazu raustun. Man kann in jeder Runde gerne irgendwen so tun, als würde man ihn erpressen und vielleicht mal irgendwann tatsächlich erpressen. Ja, dann gibt es noch eine Aktion, die ich machen kann und das hat mit diesen Steinen zu tun. Das ist eine Bestechung. Hier kann ich einen Spieler dazu bringen, doch vielleicht so zu stimmen, wie ich das gerne hätte. Also ich könnte jetzt als Staatsoberhaupt sagen, du pass auf, ich möchte, dass du dafür stimmst und ich gebe dir dafür diese Geldkarte. Ich kann ihm diese Bestechungskarte verdeckt geben. Ich kann ihn offen hinlegen. Der Spieler, der bestochen wird, kann sie sich geheim anschauen. Er kann sie sich anschauen und offen hinlegen. Das ist völlig egal. Er muss es ja auch dann nicht tun. Es ist halt grundsätzlich so, dass ich das einfach anbiete und sage, du, wenn du dafür stimmst, dann kriegst du die zwei Millionen. Und so kann jeder Spieler auch zweimal. Es gibt ja mehrere Marker sagen, du stimmst bitte dagegen, du stimmst nicht dagegen, was auch wieder dafür wäre. Beliebig bestechen mit seinen Geldkarten. Aber immer nur eine Geldkarte darf man hinlegen, nicht mehrere. Und dann wird wieder der Reihe nach aufgedeckt die Aktionen. Und hat der Spieler jetzt wirklich das getan? Also hat er dem zugestimmt mit seiner grünen Karte? Dann kriegt er auch als Bestechungsgeld das, was hier liegt. Hat er es nicht gemacht, sondern hat trotzdem von mir aus Ablehnen gewählt. Dann nimmt der Spieler einfach sein Geld wieder zurück, weil der Spieler halt nicht wollte. Das ist also die Möglichkeit mit diesen Bestechungskarten andere Spieler dazu zu bringen, zu sagen, du könntest doch vielleicht bitte so abstimmen, dass das, was ich hier gerade angeboten habe, durchgeht. Ja, und das sind schon die kompletten Regeln. Mit diesen Regeln wird es so lange gespielt, bis hier unten diese Staatsbankrottkarte auftaucht. Sobald die hier dann aufgedeckt wird, ist das Spiel auch vorbei. Wird sie allerdings gezogen bei der Aktion, Staatskasse ein Geld rausgreifen, dann wird die Runde zu Ende gespielt. Also sofort Schluss ist nur, wenn ich es hier beim Aufdecken von Geld irgendwann Staatsbankrott mit rauslege. Und dann zählt jeder Spieler einfach das Geld, was er in dem Spiel eingenommen hat. Und dieser Spieler hat gewonnen. Jetzt spiele ich euch kurz mal ein, zwei Situationen schnell vor. Wir sagen, das war die Verteilung. Jetzt müssen die Spieler geheim erstmal ihre Karten rauslegen. Er stimmt natürlich zu. Er sagt, die 5 Millionen, natürlich stimme ich dazu. Er sagt, ha, ich habe auch 5 Millionen, stimme ich natürlich auch zu. Und er hier drüben sagt, nö, ich habe den kleinen Betrag. Ich stimme nicht zu. Aber wahrscheinlich werden die anderen zustimmen, weil die ja viel Geld haben. Deswegen greife ich mal einfach in die Staatskasse. Und jetzt wird einfach vom Präsidenten aus angefangen. Er dreht um und sagt, okay, ich stimme zu. Er dreht um. Ich stimme zu. Er dreht um. Ich stimme zu. Er dreht um und sagt, ich lange in die Staatskasse. Somit passiert folgendes. Er darf sich hier die oberste Karte nehmen, zu sich auf die Hand. Und nachdem es mehr Zustimmungen wie Ablehnungen gibt, kriegt auch jeder Spieler das, was vor ihm liegt, auch noch in die Kasse. Jeder Spieler nimmt seine Aktionskarte wieder zurück. Und der Spieler, der Staatsoberhaupt war, ist es gleich nochmal, weil es ist ja durchgegangen. Das heißt, er nimmt wieder vier Karten hier von dem Stapel, schaut sich die an und muss die jetzt wieder verteilen. So, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen anders. Und sage ich, ich hätte gern 5 Millionen. Du kriegst auch 5 Millionen. Und du kriegst 4 und du kriegst 3. So, das wäre jetzt die Verteilung, die ich gerne hätte. Und jetzt lege ich wieder Sachen raus. Jetzt sagt zum Beispiel unser Spieler Grün, ich möchte dich hier erpressen. Und der Spieler Blau sagt, ich möchte den Spieler Rosa erpressen. Dann liegt trotzdem jeder wieder seine Sachen raus. Spieler Blau sagt, ich mache die Erpressung wirklich und lege diese Karte raus. Er schaut sich an und sagt, hm, gut, ich glaube nicht, dass der Grüne mich erpresst. Ich stimme jetzt einfach mal zu. Der Weiße sagt, das ist seine Karte, ich stimme zu. So, der Grüne sagt, ich möchte mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Werde ich dazu stimmen? Nee, ich glaube, ich lange in die Staatskasse. Und er hier hinten sagt, ich glaube nicht, dass der Blaue mich hier angreift. Ich lehne das alles ab. Mir ist das zu wenig. Dann wird wieder aufgedeckt. Er deckt auf und sagt, bam, ich erpresse dich wirklich. Jetzt muss er eben hergehen, die Karten mal kurz durchmischen, dem Blauen hinhalten. Der zieht eine und nimmt die zu sich. Die restlichen kriegt er natürlich zurück. Die Figur kann er auch wieder haben. Dann deckt der Nächste auf, sagt, ich bin dafür. Der Nächste deckt auf, sagt, ich lang in die Staatskasse. Bin der Erste, der das macht. Also nehme ich mir was. Und er deckt auf und sagt, ich bin dagegen. Jetzt haben wir einen Gleichstand von dagegen und dafür. Also ist es wieder angenommen worden. Und die Spieler kriegen ihr Geld. Dann kriegt jeder wieder seine Aktionskarte zurück. Und der Präsident bleibt wieder der gleiche. Und es wird wieder aufgedeckt. Jetzt machen wir noch ein Beispiel. Jetzt sagt der Präsident, pass auf, ich nehme das hier und das hier. Ihr beiden kriegt das hier und ihr da hinten kriegt gar nichts. So, wer ist denn da jetzt dafür? Jetzt macht unser Staatsüberhaupt folgendes. Er weiß ganz genau, das geht sowieso nicht durch. Ich lang in die Staatskasse. Er hier sagt, das muss ich auf jeden Fall ablehnen. Mach ich nicht mit. Er hier sagt, okay, da lang ich in die Staatskasse. Vielleicht tut der Blaue ja irgendeinen Blödsinn machen. Und dann sagt er hier drüben, ja, dann mache ich das in der Pressung einfach. Und ich würde ganz gerne den Blauen erpressen. So, dann wird wieder aufgedeckt. Der Blaue fängt an, sagt, ich lang in die Staatskasse. Bin der Erste, kriegt mein Geld. Der Zweite deckt auf, sagt, ich bin dagegen. Der Dritte deckt auf, sagt, ich habe in die Staatskasse gelangt. Mist, er hat schon in die Staatskasse gelangt. Also passiert nichts. Und er deckt auf und sagt, ich habe den Blauen erpresst. Er hat sich nicht dagegen gewehrt. Also kriege ich jetzt eine Karte von seinen Karten hier. Ich ziehe wieder eine raus, nehme die zu mir. Und damit ist die Erpressung auch erledigt. Die Spieler nehmen ihre Karten zurück. Aber das ist abgelehnt worden. Und deswegen ist der Spieler jetzt raus. Und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn wird der nächste Präsident, der jetzt mit diesen Karten wieder die Verteilung anfängt und sagt, pass auf, du kriegst zwei, drei, nein, ich nehme nur drei, eher vier. Ist das okay für euch? Und dann stimmen die Spieler eben wieder ab. Und wenn das dann durchgeht, dann darf auch der Blaue Spieler wieder mitspielen. Wird das auch abgelehnt mehrheitlich? Ist der nächste Spieler eben der Präsident? Und wird das auch wieder abgelehnt? Dann kriegt der letzte Spieler, der übrig bleibt, das Geld. So läuft es einfach Runde für Runde so lange durch, bis der Start pleite ist und sich die Spieler die Taschen ordentlich voll gemacht haben. Und dann ist das Spiel vorbei. Das war sie, meine Spielevorstellung von Tiefe Taschen aus dem FOPS Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael.